Also das ist auch ein Tide-Table. Der Albert auf Freilassing hat es gewagt, von Patong die Reise her im Regen. Zur Kokosnuss. Wie lange bist du jetzt da, Schau? Seit wie vielen Tagen? Ich bin jetzt da seit einer Woche. Seit noch zwei Wochen da. Dann nach Bangkok. Und dann sechs Tage Bangkok und dann wurde ich nach Hause. Du hast praktisch die zweite Flut, die wir gehabt haben, miterlebt. Ja. Warst du da im Patong? War im Patong. Hattest du auch wieder überschwemmt? Da war es schon schlimm. Wenn du rein drüben warst, weißt du, schon schlimm. Du warst auch gestanden. Und es läuft ja dann vor zur Beach Road. Da hat es dich auch wieder ein wenig erwischt. Das ist das Recht wie immer. Da wirklich absaufen. Und das ist natürlich nicht so schön. Wir sitzen jetzt hier. Es ist schon wieder so dieser leichte Nieselregen. Der würde ja nichts ausmachen. Bloß wenn es dann richtig heftig regnet, dann wird es ein Problem, weil ja eh schon alles voll ist. Und es hängt natürlich auch noch mit der Tide zusammen. Ich zeige euch jetzt mal den Tide Table hier auf dem Telefon. Und ja, das spielt halt zusammen. Ich erkläre es euch gleich. Also das ist auch ein Tide Table. Wir haben um 9.41 Uhr haben wir Hightight gehabt heute Morgen. Ja, das haben wir überstanden. Jetzt gehen wir in Richtung Low Tide bis 3.50 Uhr. Also bis 4.50 Uhr, also 16.50 Uhr, wenn es jetzt regnen würde, richtig stark wäre egal. Dann läuft es auf jeden Fall ins Meer. Aber wenn es natürlich anfängt, so um 9 Uhr richtig loszuschütten und dann eine, zwei Stunden hält, dann haben wir wieder eine Überschwemmung. Also 9 Uhr abends, weil um 10.10 Uhr ist Hightight, also Hochwasser vom Meer her. Und das ändert sich natürlich dann, entspannt sich dann wieder ab 11 p.m. Dann nimmt das Meer wieder auf. Also es bleibt spannend und wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass es heute zu den richtigen Zeiten regnet. Das heißt also am besten gar nicht oder halt dann stark regnet, wenn Low Tide ist. Weil wenn es bei Hightight richtig schifft, dann erwischt es uns noch einmal. Okay, das war der Update zum Sonntag. Letzte Woche Sonntagnacht hat es uns erwischt. Zum zweiten Mal, jetzt hoffen wir mal, dass wir diesen Sonntag unbeschadet überstehen. Das Video lassen wir jetzt gleich raus zum Update. Was hier so los ist gerade. Also wir zittern noch und haben Angst, dass es uns noch einmal überflutet. Ach ja, noch was heute Nacht. Heute Abend ab 19 Uhr oder 18 Uhr haben wir Livemusik geplant. Das ist ja geplant. Und wenn es jetzt natürlich immer stärker regnet, lassen wir es ausfallen. Weil dann sage ich zum Musiker, das bringt jetzt nichts. Nicht, dass der danach noch den Gluten ausgesetzt wird. Ja, das muss ja nicht sein. Eierfrau kommt. Dann bekommen wir sie nicht. Nein? 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 Wir können auch etwas mit normalen Pasta machen. Ähnlich wie Lasagne, aber mit normalen Pasta. Du weißt, eine ähnliche Rezepte. Leber? Ja, auch mit Potato. Auch okay. Ähnlich wie, ne? Wir machen etwas Neues. Also mit der Lasagne, das wird heute nichts, weil es gibt keine Lasagne-Sheets in den Kameragrad. Da machen wir irgendeinen Auflauf, der wird dann auch lecker schmecken heute Abend. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Super, give me five. Ah, super.